Ich begrüße Sie zu einer echten Osnabrücker Premiere. OS1 TV geht online und Sie sind live dabei. Endlich, möchte ich sagen, bekommt Osnabrück sein eigenes regionales Fernsehen. Erleben Sie mit, wie ein starkes Team unsere Region bewegt. Osnabrück auf einen Blick. Wir begrüßen alle Zuschauer mit einem dreifachen OS1 TV. OS1 TV. OS1 TV. OS1 TV.